Hallo Es geht los, ihr Lieben, entschuldigung, dass es so schnell geht Willkommen zu The Calling The Calling The Calling Und ihr wisst, wie jedes Mal Spannung steigt Mein Penis auch So Oh, Kisse Nieze Warte Voll krass Moin So ein dickes Rohr Bescheid Alter, Entschuldigung, dass ich so viel tückisch Achso, ich muss mal die auch so So ein bisschen mehr und ich mach mal lauter bei mir Oh ja, ich höre das ganze Brummen jetzt übelst wie Sau Ah Auch immer diese Geräusche, ich denke jederzeit Ah Hm Ist nichts geworden, ne? Danke Warum sonst Warum sonst Ist ja auch egal Wieso kam ich grad auf Paranormal? Ich wollte grad fast grad sagen, das sieht aus wie ein Paranormal Oh, Paranormal Na ja, ich glaube das schaffe ich erst The Calling durchzuspielen als Paranormal Hallo Hallo Ich hab Schüsse gehört Ja Oh, einer weniger Jetzt muss ich ja mal gucken Nix zu sehen Nix zu sehen Nix zu sehen oder zu hören? Confuso, aha Alter Alter Geht er ab Juhu Oh, ich hab Angst, Baby Ich bin mir so den gleichen Weg hier Aber ich denke auch, das ist einer mit Für den Anfang der Besten Hoffe ich doch Oh Oh Ja, ja, haut euch um Oh, da hinten ist einer Oh Peilsender, natürlich Toll Das wird alles aufwendig hier stehen, ne? Oh, halt doch mal die Maul, du scheiß Sprecher, ey Ach, da schnarcht jetzt auch noch alles hier, ne? Der ist doch das Blitz und wird dann runterkommen. Ich dachte, ich würde mal hören, was? Ich habe immer dieses Horrorgefühl, jederzeit könnte irgendwo einer kommen. Und ist das eine Kiste oder nicht? Gleich ist das Ding jetzt aus. So, klar, wenn ich die ganze Ecke beleuchte, ach, jetzt nicht mehr. Wenn er jetzt mal das Maul halten könnte. Ist das alles nur wegen dem Peilsender? Hm. Es ist ein bisschen mehr Speck. Irgendwo muss doch hierher sein. Auch wenn der ja hier schon durchgegangen ist, ne? Ich meine, könnte ja sein, das hier, oder? Komm, komm, komm. Gleich stark. Hm, Pipe Ranch. Macht schön viel Damage, ist aber nicht dabei. Hey. Ich dachte, ich habe da eine stehen sehen. Aber ich habe solche Halos, muss ich sagen. Ich muss mal wieder mehr schlafen. Oh. So, reicht. Gleich sind wir auch da. Hallo. Gut. Reicht. Ich weiß auch, dass auf YouTube die Qualität so, meh, ist. Ja, weil Open World und er viel Vegetation und das ist so, meh. Mag YouTube. YouTube nicht mag. Oh, ich guck mal kurz. Fanny, weißt du? So, ich habe geguckt. Fertig. Ich dachte, ich höre einrascheln. Hier ist ja auch bestimmt schon leer. Wer hier startet, wäre auch echt immer noch geileres Glück. Ja. Hallo. Ich sehe gerade, das Spiel ruckelt wieder hin und wieder. Ah, so flüssig ist es ja nun auch nicht. Ich weiß nicht, was ist mit Kalinos? Es gab wieder ein Update. Oh, hier. Wo sind die denn alle schon wieder, ey? Ja, das finde ich echt so... Die Map ist so fucking riesig. Oh, komm mal aufs Dach. Es ist immer so, als ob ich mal irgendwie ein Reden höre. Von denen da. Die können ja nicht reden, hat der... Hä? Hört keiner. Pufzen. Pufzen. Hey, healthy. Was? Was? Höh? Ich höre hier doch einen. Da oben. Ich höre hier, welche kämpfen. Das sind ja nicht mehr viele. Nur noch sechs. Was war das? Mit nem Schwert. Mit nem Schwert. Oh, denn ich seh' nichts. Wie geht denn dieses... Wie geht denn dieses Schubsen, ey? Wie geht denn dieses Scheiß-Schubsen, was die da immer machen? Wir haben den Master-Gas-Switch in der Centro-Rubina. Aktivieren den Switch, um die Angst und die Angst zu anderen zu bringen. In einem stankigen Weg. Der Schöken-Wag. Mann, ey. So, komm. Kein Bock mehr. Ich mein, ich krieg immer wieder Jeans und so weiter. Ich rüste mich ja... Bis? Jetzt. Ich rüste mich ja so peu a peu auf. Äh, aus. Auf. Auf auch, aber... Das ist mir nicht genug. Boah, ich muss mal ganz kurz mein Handy, ihr Lieben. Ich guck gerade, wir haben so eine... Oh, geht schon sogar weiter. Wir haben in einer kleinen, süßen Truppe... Die... Alternative für Deutschland, hätte ich fast schon gesagt. Nein, Alter. Ne, oh. Ich muss doch mal aufpassen. Nochmal ein kleines Schlückchen. Prost. Ruhig. Oh, Bandage. Ein Stückchen Scheiß. Ist ja dann so, wie es aussieht, ey. Das ist ja wieder nur die zu markieren. Macht ja nicht wirklich Schaden. Was macht die denn für ein Damage? Lecker Kopf. Leute, hab ich mal da schon geworfen. Wie geil ist das denn? Ach, der... Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, ich war... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Sprengtür um ihn. Sprengtür um ihn. Hat geklappt. Wo ist der hin? Loll, hat er mich gesehen? Ich glaube, jetzt hat er mich endlich mal gesehen. Der Penis, Alter. Während du wirst, bitte hörst du den folgenden Punkt. Ein Feind hat gerade getötet. Ein weiterer Contestant. Mit einem Knife! Drei ist okay, wenn du in Schmerzen bist. Na? Komm! Na? Alter! Schleicht wahrscheinlich. Der ist hier wirklich sehr, sehr wahrscheinlich. Hörst du mich? Hörst du mich? Der wird doch eben nur hier! Jetzt bin ich der Gearschte. Mann, oh! Wo ist denn der Homo Sapiens hin, hier? Hm? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Was ist da hinten? Was ist da hinten? Ich kann mir den Sound einordnen immer noch so. Kacke, klar. Warum auch immer. Und die spielen wir auch nicht gerade erst von heute auf morgen. Gut, das Spiel schon, aber... Da unten. Wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Ich kann mich schon mal keine verfolgen von der Ecke. Wobei ich mir gerade mein eigenes Grab grabe, aber... Ich kann mich schon mal keine verfolgen von der Ecke. Wobei ich mir gerade mein eigenes Grab grabe, aber... Im ersten Moment nicht so wichtig. Dennoch habe ich ein, zwei Minütchen. Okay, hier war noch keiner. Sorry, ich bin gerade so konzentriert wieder hier hin. Das ist immer... Jetzt muss ich ein bisschen schnell machen. Hier ist irgendwo was. Hier drüben war irgendwo was. Da unten. Ich bin am Arsch. Ich geh auf Klo, Alter. Ich versteck mich. Ja, komm. Wollen wir mal gucken. Hat die Waffe noch gute Muni? Oh, Zippo-Auslastung. Mach doch auf. Null Schuss. Da ist er doch. Schnell weg. Schnell, schnell weg. Schnell, schnell weg. Ich hätte noch erstmal gucken sollen, wie ich denn nur dieses Schubsen mache, ey. Mein Vollpfosten ist da nichts gleich in Sucht. Ich hab nichts Explosives dabei. Nun gut. Gut. Wollen wir mal kurz hier drin stehen. Bullets. Arrows. Eigentlich sieht mich doch hier keiner, ne? Options. Ne. Controls. Scharf. Oh. Auf Q. Q. Warte mal. Zwischendurch muss... Handy-Kontrolle sein. Ich mein, das ist geil, dass aus so'n Busch siehst du auch echt alles, ne? Ach, zieht dich nicht so schnell. Das sei ein Wasser gewesen. Oh ja. Da hinten. Ah, da hinten. Da. Oh, ein schöner Knall. Oh, ein guter Schuss. Wir leben dann noch. Fünf. Twitch.tv. Ach, wieder irgendeiner, der streamt. Erbsen mit Speck. Ah. Scheiße. Mann, ey. Die sollen natürlich auch mal in Weitfantitos Wasser rennen. Man hört den Schall. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Man hört den Schall. Man hört mit diesem Peilsender. Man, der blinkt. Und... Die hört die ganze Zeit rein. Das heißt, hier lauter ich das höre. Das heißt, hier ist er ja auch. Ist dein linker Arm nicht? Hast du dein linker Arm nicht? Appliebe die Pressure, um die Wände zu öffnen, bis Hilfe kommt. Da unten ist er. Da. Hier ist eine Granate. Da. Loll. Kloppen sich. Da geh ich hin, da geh ich hin. Morphine. 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 Sonny Chima. SK Ultra. West Coast Ghost. A fatal error has occurred. A entering standby mode. Thank you. Geh weg, alle. Geh weg. Ich glaub schneller als du. Oh ey, Alter. Geh weg. Hilft nix. Lol. Mann. Ich kreisse es. Golden Arm. Ach ey, was er schon alles hat. Ach was er hat. Mhm. Mann ey. Ach, wir sind in der nächsten Runde wieder. Jetzt schaffen wir es mal. Schau mal, wir leben noch. Eins. Zwei. Drei. Hätte ihn mal kämpfen lassen sollen. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Tschau.